Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Cool, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens um fünf Schluss. Jedenfalls montags, mittwochs und freitags. Ich treffe mich dann auch von meinen Leuten im Café. Okay? Okay. Alles gut? Alles gut? Ich mag auch, von was ich denke, obedientische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gern Nackte Kanone gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone jeglichen Teil super. Was ist der Klamauk. Ja, da war ich immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017